In den fliegenden Inseln dort liegt jetzt ein antikes Zauberbuch. Ja okay, wir sollen was finden. Also ich glaube, der ist nicht der Heldste, ne? Ne, ich wollte gerade sagen, der ist nicht so gerade der Heldste. Habt ihr das gerade auch gehört? Unsere Erde in dunklen Miene Auf der Suche nach Diamanten und Gold Wir schmieden unsere Waffen, die wir verdienen Mutige Abenteuer, die niemand jemals hätte Wir sind die Erbauer, die Schleifern als Glück Und die Monster verschwinden vor unseren Augen Wir sind die Illuminaten, werden wir sie uns aufzuhalten Kein Glück, wir sind stark zusammen Wir sind die Eltern von Minecraft, Venice Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Minecraft Spanish mit Salmano Sonoro Und let's go ins Abenteuer Ich hasse dich Ich will auch nicht nur Wer anfangen wollte dann Ja okay So, wir haben gestern noch probiert, verzweifelt die Quest zu erledigen Salmano ist es fast an den letzten Zombief gescheitert Oh, ich hab schon längst Zeit Ich hasse diesen Scheiß-Zombie dafür Ohne Witz Na gut, ähm, dann, ähm, lass mal hier rein Vielleicht können wir mit ein paar Hallo Opfer Ach, guten Tag Äh Die Bürgermeisterin hat aktuell leider alle Hände voll zu tun Bitte kommen Sie später noch einmal Das ist die Folge, wo Scheiß drauf Hätte ich einen Freund Dann müsste ich mich nicht, äh, dann dauern Selbstvergnügen Ich sag dazu am besten nichts, okay? Ich sag dazu am besten nichts Ja, das ist, glaub ich, die Best- Wann, Brang! Wann! Hallo? Leute, Leute, das ist ein Pursor, also, da ist jemand Hallo? Achso Was machst du da? It's a war Oh, Mann Was macht ihr denn hier? Junge, das funktioniert nur, wenn ich dich schlage Ja, wir sind so, ja, wir Looten Ey, wir sind auf der, wir sind Nein, wir sind nicht auf der Wir sind auf der Durchreite, du idiot Ja, aber wir looten auch Nein! Wann haben wir, wo haben wir denn schon gelootet, hä? Hä? Wir haben den Typen da ausgelootet Sicher Ja, ja Wir haben auch Schwerter gefunden Und ich hab die Schmiede geplündert Ja, das war aber ein Junge, halt da die Schnauze, Alter! Äh, wir haben gar nichts gemacht Ähm Ihr seht mir nicht, wie normale Reißende aus Ja, gut, der kann ich Äh, vielleicht ist das kein Wunder Ja, wir haben halt Drohbar, ne? Was soll ich hier jetzt sagen? Komm, hier, du! Was gibt's? Skü, skü Ich weiß, dass ihr kriminell seid Gib's zu Ähm Nö Hörst du mal auf, eine Dame so auf Die ist zu mir gekommen! Ja, man geht Man geht zurück, wenn eine Frau einem zu nah kommt Ach Besonders Besonders Hat sich gerade mit der Hand Trink, was machst du da? Was? What the fuck?! Ähm, also Also? Als so Baum Ja, der Finger sniffl Juge, meine Rüttling ist schon fast kaputt Wenn ihr nicht gehorcht, verpfeife ich euch. Wir haben ja nichts gemacht. Wir sind ja durchreisend. Naja, Noah, komm mal kurz her. Drang, Noah, kommt mal her. Drang, du kommst jetzt hierher. Ich bin faul. Du kommst jetzt hierher. Noah, jetzt unterstützt doch nicht deine Faulheit. Ist das zu blöd und zu kack, oder was? Nee, er aber. Noah. Noah, halt jetzt mal die Fresse. Halt jetzt mal kurz die Fresse. Also, es geht jetzt darum, weil Drang und ich und du haben jetzt nicht wirklich ihre saubersten Westen. Drang hat ja die Schmiede umge... Leute, 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 Leute. Ja, halt die Schmiede. Drang hat die Schmiede ausgeplündert und wir beide haben die die alten Häuser ab. Aber die waren ja nicht mehr in Benutzung. Ja, trotzdem. Okay, und wir haben... Und wir haben auch nicht so gut, was der König uns so angeht. Also, wir sind jetzt auch... Also, wenn wir gestoppt werden, wäre er jetzt auch nicht ganz so gut. Weißt du? Ja, vor allem... Ja, gut, das haben wir aber... Ich verfolge für euch. Ähm, wir haben nichts gemacht. Hallo? Ja, okay, wir machen, was du möchtest. Mann, jetzt... Halt jetzt die Schnauze. Boah. Cold moment. Äh, nein, das war... Das war... Das war in Noro, richtig. Ich suche immer noch verzweifelt nach... Ihr werdet etwas für mich erledigen. Ja, wir haben doch schon zugeschrieben. Sag doch einfach was. Ich hab nirgends gesagt. Boing, 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 boing. Drang? Ja. B, du machst dein Sun. Ich bring dich um. Ihr werdet in Richtung Südosten zu den fliegenden Inseln gehen. Drang, lass it, lass it, lass it. Ich hab dich nicht gestunnt. Juge, Drang, ich hab dich nicht gestunnt. Der Wolfsertschutz schon wieder. Kann ja nicht einfach hierbleiben. Also, wir sollen was finden. Wir sollen was in südöstlichen Richtung was finden. Was sollen wir denn finden, bitte? Ich hab schon gar gesagt, dass wir was finden sollen. Doch, okay. Nein. Doch. Nein, die hat nur gesagt, dass wir da hingehen sollen. Ach so. Also, ja, normalerweise ist mit sowas immer verbunden. In den fliegenden Inseln dort liegt ein antikes Zauberbuch. Ja, okay, wir sollen was finden. Sag ich doch. Ja, wusste ich auch nicht. Ich sag es auch, weil sowas ist immer so... Sowas ist immer eine Quest von wegen, ja, finde irgendwas. Ihr sollt für mich... Ja, okay. Ja. Können wir machen. Was ist das, wenn wir es holen und ihr nicht aushändigen? Und wenn ihr flüchtet solltet, ähm, ja. Guck, hierher kriegst du gleich deine Antwort. Nee, siehste. Ich warne, ich höre auf sie zu stunnen, Junge. Dann werde ich Auftragskiller besorgen. Lachen das weil ich... Oh, 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 oh. Auftragskiller, da lachen wir. Und die klatscht dabei, oder? Ich bin super. Ich hab jeden Auftragskiller weg. Na, den darf... Die darfst du denn töten. Nee. Ciao, ciao. Ja, wir gehen ja schon. Meine Fresse. Jo, also ich flieg dann schon, ne? Ich weiß, wo sie sind. Ich hab die schon mal beim Ding entdeckt. Ich heiße mal nicht, ich muss essen. Was mach ich hier? Oh, ein Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Ui. Ja! Ich hab so einen komischen Urga-Witz getötet. Irgendwie die Dörf fliegen heute nicht so. Aber ich bin da. Ich warte, ne? Hier ist die Krabbe. Wie sieht's mit Dring aus? Ja, keine Ahnung, wo der bleibt. Ich bin... Der gleiche, ich da auch teleportieren. Ach, da hinten ist der. Hey, wo ist der? Ach, da hinten! Junge, was macht der da? Ich bin zuerst da oben. No, hör auf zu fliegen, Mann! Hier ist die Treppe ein bisschen kaputt. Wo er teleportiert, das wär am besten. Fliegen kann ich schon. Geht schon, Fynn. Ähm. Ähm. Oh. Äh. Ich bin untot. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich bin erst anschlagen, Digga. Ich geh mal weiter, okay? Tschüss. Ich bin untot. Lass mich in Ruhe. Ich hatte auch noch ein Formel. Ich komm. So. Ähm. Hier ist irgendein Gerüst. Digga, wofür ich das denn da? Ich hinterfrag die einfach nicht. Das sieht einfach komplett alles alt aus. Ja. Okay, wir sind folgende Level. Übrigens, ich hab jetzt vorher die ganze Zeit dieses verdammte Intro von Black Clover im Kopf. Ich hab mich nicht... Oh, Lut! Lut. Was denn? Was denn? Lut. Oh! Meins. Nein, Mann. Doch. Meins. Ich kann ja nicht abwachen. Ich hab mich überhaupt gebaut. Wo hast denn du die Spitzsacke her? Ja, die muss ich mir bauen. Leute, hier ist ein Podium. Und da ist noch ein Podium. Und da noch eins. Und da noch eins. Hier ist ein Podium. Leute, ich bin ein bisschen, ob ich keinen Looter bekomme. Also, ich habe noch Looter. Da ist jemand drin. Hey, du da. Wer bist du denn? Was wollt ihr hier? Wir sind Freunde, die diese Insel anschauen wollen. Als wir merken, dass sie alle untot sind. Alles klar. Und ich dachte schon, ihr wollt den geheimen Zauber aus dem Tresor haben. Hä? Dieser kann nur betreten werden, wenn man vier Magieglöcke auf den... Oh, was ist das? Dieser kann nur betreten werden, wenn man vier Magieglöcke in den zugehörigen Positionen legt. Oh, eine Position ist falsch, Liga. Podest. Halt die Fresse, Doro. Warte, ich habe es immer noch nicht so mit denen vorlesen. Feuer, Eis, Blitz und Erdgebunden. Nur damit könnt ihr rein. Okay, danke für die Info. Fuck, ich habe es euch einfach aus Versehen verraten. Also, ich glaube, der ist nicht der Hälfte, ne? Ne, wollt gerade sagen, der ist nicht sogar gerade der Hälfte, ey. Schmuche. Der brennt Licht, hallo. Boah, ich habe... Ich weiß, Leute, ich habe... Also, der Podium, die Podium sind hier da. Ich glaube, ich habe hier den Rucksack aufgerüstet, aber wie kriege ich denn den wieder runter? Äh, C, glaube ich. C und dann kannst du den öffnen und dann ist da so links irgendein... Äh, Leute. Äh. Leute, warum habt ihr noch einen? Äh, nein. Jetzt bei mir ist C, Zoom. Ich glaube schon. Nein. Ja, oder kaum gegenwärtig. Anni, wie? Ja, hier, bitte schön, warte kurz, hier, bitte schön, ich wag den nicht, der sieht tatsächlich aus. Danke. Ist hier ein Crafting-Tapel mit integriert? Ja, ja, da ist ein Crafting-Tapel. Und unten rechts ist das ein Crafting-Tapel. Du kannst auch Wasser und zu speichern. Oder Lava. So. Okay, jetzt ist das Falsche? Nee, wie meine ich da jetzt? Aber schade, dass das kein Amboss ist. Ja, hey, es gibt leider das Amboss. Das wäre jetzt ein bisschen geil, oder? Hm. Könnte ich meinen Schwerpunkt kaufen. Nauta, aber wo finden wir jetzt diese Kristalle-Dings da? Ja, frag mich doch nicht. Frag mich doch sowas nicht. Also, ich glaube, ich habe in Novos Gucksack-Ain so ein Kristall gesehen. Und ich habe auch welche gesehen. Äh, habe ich schon. Ich habe keine. Die habe ich schon. Aber das sind nur Kristalle, das sind keine Blöcke. Aus denen kann man nicht. Ja, aber finden wir hier den Rest so? Frag mich doch nicht. So, ich habe das mythische Kristall jetzt. Oh, Loi, ich habe eine Kristalle. Hier, Holz und Knochen. Meins! Hallo, Meins! Fehle Tratten-Wixer-Halle. Aus den Erzen, die wir in den Rucksäcken haben, kann man einen Block craften. Echt? Ja. Warte mal. Mal wieder. Ah, jetzt. Ah, hier ist das Crafting-Table. Hier ist das Crafting-Feld. Jo, ein Block. Erdgebunden. Und Feuermagie habe ich jetzt. Einmal. Jetzt brauchen wir noch Blitz und Eis. Aber wo finden wir diese Scheiße? Ich habe nicht direkt Eis, ich habe mystischer Kristall. Mystischer Kristall? Ey, wo? Ich habe einen mystischen Kristall. Aber den brauchen wir ja nicht. Ne, den brauchen wir nicht. Ich bin zum Blödsam Kacken! Leute, hier in dieser Flabberschlucht gibt es nichts. Ich hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Mal gucken, ob das abfahren kann. Oh, ja, der Taha. Aloi! Ach, der ja. Kannst du jetzt looten, ohne dass du nichts merken? Ich brenne immer noch! Ja, ich habe Eis gelootet, ohne dass ich es gelapen. Aloi, ich habe sogar Eis! Ich habe sogar Eis, Bruder. Jetzt fehlt nur noch Blitz. Aber wo finden wir jetzt Blitz, bitte? Aber was ist das für ein bisschen? Waren wir ja? Ja, in der waren wir schon. Hey! Ah, ist vielleicht... Die habe ich schon, Junge. Die habe ich schon. Ich dachte... Nee. Ähm. Junge, wo finden wir denn denn auch bitte Blitz, Alter? Hä? Oh, nee, sorry. Doch, Fortan. Das ist der stürmische Kristall, nicht der mythische. Ey, gib mal, gib mal, gib mal, gib mal bitte. Gib mal bitte. Was bekomm ich? Ey, gib mal bitte. Zwei Goldapfel. Neh mich. Der will nicht schlagen, weil du dann so abge... Ah, Goldapfel, ja, ne, nehm ich. Hast du schon. Weil dann hätten wir nämlich alle So, da kommt bestimmt Warte mal, ich muss mal kurz was Hier kommt Feuer rein Würde ich auch sagen So Ich glaube hier kommt Was hast du da hinten für eine Farbe? Auch blau Genau den selben blauen Turm Hier ist grün, also hier ist erdgebunden Denk ich mal, ja würde ich auch sagen Aber das ist nicht Weil das ist hellblau Ja, ist der gleiche Blauton Nein, doch Ihr seid dumm Also das ist hell-hellblau Ne, das ist der gleiche Farbe Nein, das ist nicht hell, seid ihr dumm Das da hinten ist heller Warte Ihr könnt echt den Unterschied nicht sehen Okay, das blau Hab ich mir eingebringt Das ist exakt der gleiche Ton Nein, ist das Ihr seid wirklich Farbenblend, Alter So Scheiße Oh, Juni Auf jeden Fall sehr, sehr nah aneinander Wenn überhaupt Ja Und das ist aber Das ist schön alles So, was passiert jetzt? Hallo Junge Habt ihr schon? Habt ihr schon reingemacht? Also passiert bis jetzt gut Das ist nichts Ganz, ganz minimal heller Ganz, ganz minimal heller Nein, hier sind die Steine noch nicht drin Bei mir Ja, passiert hier noch was? Ne, anscheinend nicht Entweder Komm, wir gehen wieder zurück erstmal Und überlegen erstmal Irgendwas müssen wir falsch gemacht haben Erstens Oder Oder es braucht etwas Junge, das Ding kann irgendwie schon Jahre alt sein Junge, sieh dir doch mal die Junge Muss das immer sein, du machst damit immer Schaden Junge Du kannst nicht Schau mal das Ding an Das sieht doch schon vollkommen ramponiert aus Da kippe ich Dieser Bedrock Keine Ahnung Kann doch schon so ewig dastehen Ohne Witz Drang, komm jetzt her, Mann Wie looten? Junge, ey, hier ist nicht zum looten Junge Boah, Alter, meine Scheiß Helm und so weiter Habt ihr das gerade auch gehört? Äh, stimmt Da war irgendwas Hä? Warte mal Hä, siehst du das? Der Bedrock-Effisch ist weg Gonzales Äh, ich seh bis jetzt noch gar nichts Der Bedrock-Effisch ist weg Das hat aber ziemlich lange gedauert Einfach taktisches Dispon Juhu Ey, das muss Nuro, Nuro darf, Nuro darf Hä? Nuro ist doch schon da Ja, das hätte ich schon drin Wollen wir einfach mal ganz frech sein Und die ganzen Magieblöcke Ja komm, scheiß drauf Ich hab nichts im Abbaunt Fuck Ich glaube Ich glaube, wir haben nicht die richtige Spitzsacke Hä? Was ist die Spitzsacke? Ach, warte mal What's up? Nö, Frost-Armonet Ja, wir können das auch noch schreiben Warte, Warte Ja, würde ich auch sagen Ähm Dragon, komm Komm, mein kleines Dragon-Line Nuro, kann fliegen Das ist so unfair Wollen wir jetzt einfach mal die Dinger von den Potesten noch mitnehmen? Scheiß drauf Warte Solange ihr noch damit wartet Ich will nicht eingesperrt werden Ah Nö So, so Weihnachten So, äh, guten Tag Ich habe dieses Buch für Sie Das wollten sie doch, oder? Da seid ihr ja endlich Da seid ihr ja endlich Also, wir waren jetzt nicht mal zum Tag weg, also Naja, einen halben Tag mindestens Ihr habt das echt vollbracht, was? Respekt Aber hä? Er sagt sich endlich, aber dann nur Respekt Ja, okay Mhm Ja Check ich Ja, was jetzt? Die ist, die geht mir zu Die geht mir auf dem Leib Hilfe Zell Er mag keine Frauen Das habe ich sie gesagt Bleib mal kurz stehen Kannst du mir mal erklären, warum ich immer Creepers sehe, wenn ich einen Blitzzauber als einzigste Waffe habe? Wollt ihr mir irgendwas sagen? Keine Ahnung Vielleicht wird ihm Das Buch scheint etwas zu flüstern Ich höre es Ich glaube, die ist verrückt Hilfe? Ich will auch sagen Okay, hörst du Okay Du liest lieber vor Ich habe keinen Bock mehr Oh, hilf mir Ich habe jetzt Kristall Gib mir deinen Zauberstab, okay? Gib mir Alles nur, nicht meine Seele Du hast doch gar keine Seele Stimmt auch wieder Doch, ich habe eine Seele Zwei sogar Einmal die Dämonen und einmal die menschliche Na gut Die menschliche ist auch Die macht ja was mit deinen Zauberstab, ist das richtig? Ich habe keine Ahnung Wollte ich die schon immer suchen? Dragon! Hä? 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 Ähm Zauber in Gebäuden sind verboten, Zell Ich will es dir nicht so schmerzhaft wie Noro beibringen Ähm Mein Zauber wurde jetzt zum Black Hole Welcher Zauber? Ich jetzt einfach nur eins unterstehe, dich ihn zu aktivieren So ist das also Ey Mann, Dragon! Ich habe dich vorgewarnt Oh Ich kann mich wieder bewegen Nein, Spreng, Hals, Maul Du scheinst das Potential zu haben Hallo Digga, die reden gerade mit dir Und du machst wieder den hier, Digga Ja, ich würde gerne stillhalten Aber Dragon nervt mich schon wieder Ich habe, was für ein Potential denn? Was für ein Potential denn bitte? Die, die kommt mir schon wieder zu nah Dragon, hör doch mal einmal zu hauen immer Diesen Zauber können nicht viele erlernen Ich bin was besonderes Yeah Nee, ein Zauberstab kann nur einfach alles Die beiden Trottel neben dir sicher nicht Hallo? Wenn du willst, bist du ein Trottel Und der hat ein blaues Gewand drin, okay? Ja Bin ich, jetzt stimme ich zu Man merkt, glaube ich, wie ich bin, oder? Ja Also Raus aus mein Haus Ich wollte es nicht erwischen So, jetzt bin ich fein Leute, ihr sollt raus da, ne? Junge, raus! Ihr könnt mich mal Ich habe Zeit, ich bin nur noch einmal dran Alter Also Also langsam reichst du mir mit dir, Dragon So, jetzt können wir Ich hasse Blitzzauber Sie hasst dich Und damit Denke ich, könnten wir diese heutige Folge auch beenden Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich Mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet Und nicht zu Dragon geht Und dann sehen wir uns Bis zum nächsten Mal wieder Top bei Seid auch vorbei Aber bei du nicht halt nicht Tschüss 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 Und abonniere mich Für mehr geilen Scheiß Schau meine Videos Und lass dich unterhalten Egal ob Tag oder Nacht Du wirst nicht abschalten Mit meinem Humor Bring ich dich zum Lachen Und meine Skits